ich glaube dass das jetzt so schnell geklappt hat ich habe gerade eine wie heißen die dinger denn noch mal die züge hier eine lore ja lore ich habe gerade eine fahrende lore gehört das war ich aber nicht so gut gut und level hatte die mir bitte doch für mich verteidigen kannst ja nämlich alle monster links ist eine spinne aber die kommt da eigentlich nicht durch so ok alle meins zeich alles klar auf nummer sicher gehen ja so glück sind hier noch alle gut und gut im schuss einmal eine rüstungszeile ich vermisse aber mein schwert und meine spitzhacke ja das schwertes habe ich die spitzhacke auch glaube ich schwert habe ich die spitzhacke auch einfach nur mal eben noch durch zu kommen wir gehen jetzt zum ausgang habe ich ansonsten habe ich nichts wichtiges mehr von dir ist auch egal wir gehört ja sowieso uns beiden als genau er dann ab zum ausgang warte ich leite mich noch eben kurz ein ich will mal eben gucken so geht dann schon mal zum eingang ja mach du ich hoffe das bereue ich nicht ich hoffe ich freue es nicht dass ich hier her gegangen bin ja hier sind schon wieder ziemlich viele spinnen ich habe keine ahnung wieso auch einfach ab reicht jetzt daher stürzt du noch dadurch okay du hast recht es sind giftig bin es kommt hier aber alles nach und ich spurte jetzt nach hause ein halbes herz ein halbes herz ich baue mich mal eben ein bisschen angst keine fakulieren so mal eben fast zu trinken einschütteln da ist meine flasche so drei herzen ist nacht oder tag draußen ach na toll wie weit nacht aber der mond ist schon ganz zu sehen mit ein bisschen abstand zum boden ich will einfach nur rein oh mein gott home sweet home so wird die folge auch sicherlich heißen die gerade läuft wenn ich schon denke ich hoffe es wird die nicht mehr ob es das buch warst du das dann her um das war wo waren das noch mal was hat schon relativ lange schon das könnte im tempel gewesen sein im sand tempel das könnte sein okay so und auf granit laufen 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 ganz vielen feilen im kopf andesit ach so jetzt weiß ich was du meinst ich dachte das was du in der ersten folge erwähnt ja ja dachte das wäre ein englisches nie so an un an die sie das ist halt an der sieht mit a so deswegen habe ich da keine ahnung von wo wir haben richtig viele rohstoffe das war richtig gut oh ja mal eben das alles momentan leben wir echt gut viele steine so das tun wir mal eben da rein das tun wir da rein das 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 so und ich mache jetzt Zeit für eine neue genau wollte ich gerade sagen ich mache jetzt eine neue tro goldbarren hast du gerade wahrscheinlich reingepackt oh ja wir haben ja echt viel mitgenommen so die truhe die keine ahnung die tue ich jetzt einfach mal vor wie sie in der stein hat ja genau gut sieht gut aus so okay so wir haben es überlebt das schon mal gut zumindest beim zeitversuch ja verdammt noch mal wir haben eine ganze miene jetzt ausgenommen zu zweit das ist sehr sehr neuer akazienholzbrotter habe ich noch es gibt es so jetzt geht es mir schon mal besser wir können einmal schlafen gehen ja gut einfach ach ja wir können jetzt nicht voll geil klasse so da geht die sonne auch schon wieder auf klasse ja eben so ich würde gerne ein bisschen ordnung reinbringen wo ich habe keinen fall schon wieder ein creeper enderman so da ist ein zombie mit einer gold alter überall sind leute mit einer goldrüstung wo denn die können die goldrüstung fallen lassen das wäre schon ziemlich geil die hatten bogen fallen gelassen und der hat schuhe fallen gelassen glaube ich in der hose sogar und das creeper ein creeper mann der böse mann das will doch keiner sein und die hände zum himmel das ist jetzt mal auf unertragbar unerreichbar wollte ich gerade sagen aber ich habe mich doch immer so ich bringe gerade ein bisschen ordnung rein also vielleicht ein bisschen ja nach einfach als reingeswammt so ich bin doch gerade am anfang okay apfel wow wir haben einen goldbeinschutz geil 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 leben ja richtig wie millionäre so ähm ja der hat alles verzaubert das will ich haben das will ich an komm gib mir das bitte ah doof mann Junge baldbeinschutz so was mache ich denn jetzt ich mache jetzt boah das ist eine gute Frage das haben wir nicht mehr Stein haben wir die Erze die haben wir das war ziemlich viel gerade zack zack so 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 wie gesagt was mache ich jetzt ich wäre dafür dass wir eine Melonenfarm vielleicht mal eben anpflanzen jetzt kommt die Frage an dich wohin willst du das ja das schauen wir uns doch mal an ich weiß noch nicht wie groß wie viele Samen hast du ähm wir haben sieben die können wir aber natürlich indem wir Melonen abbauen und die dann wieder äh irgendwie zerkleinern ja ja schon klar mal krieg deshalb viel Platz gleich ja hinten in der Ecke hier so oder wo ähm kannst du mir mal im Fackeln geben klar so danke okay ähm vielleicht doch mal pass auf hinter dir ist ein Creeper oh stimmt äh weg damit so aber wer ist denn das hier wäre das ein gutes Feld warte äh willst du einfach nur ein Feld machen oder auch so ein so ein Getreidehaus da drumherum dachte jetzt nur an ein Feld ich wüsste oder bringt das was ein Getreidehaus drumherum ja halt nur Optik einfach nur ob das ist ja 3 kann ich ja im Nachhinein vielleicht machen je nachdem 8 9 10 11 12 13 14 14 ähm 14 blöken das heißt 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 oder wir machen es so 1 2 3 4 1 2 3 4 geht zurück zum Haus und macht die Kisten weiter sauber Wasser 1 2 3 4 Wasser 1 2 3 4 das sähe schon mal besser aus aber es wäre halt irgendwie uneffizient 1 2 2 3 4 oder 1 2 3 4 Wasser 1 2 3 4 5 6 7 8 Wasser 1 2 3 4 1 2 2 3 1 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 5 6 6 7 받아 themen 10 1000 percent Soul Die Eisenrüstung ist eindeutig besser als Gold. Ja, und die Gold geht auch eindeutig schneller noch kaputt. So, Melonenkerne. Des Weiteren möchte ich gerne Weizenkörner haben. Hast du da noch Weizenkörner drin? Nein, okay. Doch, ich hab welche. Ja. Elfstück. Boah, geil. Die hast du jetzt wieder. Hast du? Oh, ja. Okay. Okay. So. 27. Zwei Dinger und... 28. Meine Fresse. Und 14 Goldbarren. Ah ne, das war ja anders. Das war so. Und so. 48 Goldbarren. Cool. Irgendwann 50. Und 52. So. Bang an zu Ackern. Ich Acker. Ich bin der Acker, Mann. Können wir irgendwas mit verrottetem Fleisch anfangen? Ähm, ne, ich glaub nicht. Das kann man nur essen, aber dadurch kriegt man letztendlich eigentlich noch mehr Hunger. Ja, Hunger. Ja, eben. Zwei, drei, vier... Und für Notfälle brauchen wir sie auch nicht. Jetzt hab ich's nicht mitgenommen. Zwei, drei, vier, fünf. Öffs weg. Das da. Jeder lass ich mal. Und... Das hier hin. Das heißt, wir werden jetzt so weiterbauen. Weiter, 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 weiter. So. Des Weiteren werden wir einmal... Eins, zwei, drei, vier... Wasser. So. Genau. Das sieht doch schon mal viel schöner aus. Eins, zwei, drei, vier... Warte. Eins, zwei, drei, vier. Gut. Und... Wo steht die Sonne? Ja, die geht gleich schon unter. Unter. Müssen wir uns jetzt endlich nicht mal mit Nächten... Also endlich nicht mal mit Nächten umschlagen. Sehr beruhigend. So, jo, jo. Zack. Zack. Und... Zack. 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 So. Zack. Ja. Sieht gut aus. Absatz. spooky. Jetzt. ger... Vielen Dank.